hallo und herzlich willkommen bei roller vergleich unterstrich dach ich habe euch was neues mitgebracht ein e5 aus dem hause ecuter wir haben schon einige von ecuter vorgestellt zur verfügung gestellt haben wir den bekommen von der firma etrix von den haben auch schon einige bekommen wie gesagt im europäischen raum noch nicht so oft zu sehen aber wir haben bei ecuter eingefunden und wollten euch den mal vorstellen ist relativ neu und spielt in der obersten liga mit und zwar hat dieser roller 8 kw sprich richtig power also wie gesagt der silence s01 aber da machen wir bald vergleichsvideo kommt am 10 fünften hat 9 kw also wirklich spielt in der obersten liga mit super spacige form wie man ja sieht 8 kw fährt 103 kmh unbegrenzt sprich so wenn der bergab geht oder man fährt bergab kommt man auch locker bis 130 der roller hat abs was endlich mal endlich mal ein elektro roller hat das ist bei nicht noch nicht so vielen rollern vorhanden was haben wir noch led licht vorn und hinten natürlich es sind hydraulische stoßdämpfer was ganz gut ist kommen wir mal zur tempomat richtig spannend wenn man in der stadt 50 fährt drückt man rauf hält konstant die geschwindigkeit bei 50 oder 55 und man hat eine weitere strecke wie gesagt geht auch bei 80 oder bei 100 ist eigentlich super darunter den parkplatz modus drückt man rauf wenn man auf parken will oder wenn man den 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 roller ohne schlüssel anmachen möchte drückt man auch auf dann geht er an wenn der schlüssel in der nähe ist fantastisch daneben oben haben wir helmfach zum öffnen geht dann auf da drunter den rückwärtsgang kann man muss man rauf drücken dann gas geben fährt bis fünf kmh rückwärts fantastisch wenn es wenn es mal bergauf geht und man will ausparken oder frauen die hohe schuhe anhaben und den manövieren möchten daneben den den fernlicht darunter natürlich standardmäßig blinken rechts links und und die hupe auf der anderen seite hier ein led display kommen gleich dazu andere seite unten den s knopf für den modus normale abblendlicht oder fahrlicht warn blink und darüber automatisch oder den automatisch an oder aus modus dass man licht sobald es dunkel wird automatisch angeht darunter den bmw wheel nenne ich das mal für menüeinstellungen ist fantastisch und zwar kann man sein handy koppeln man hat hier sein großes led farbdisplay links die batterie anzeige geschwindigkeit uhr anzeige ein kleiner nachteil man muss es mit dem handy verbinden dass man die uhr dass die uhr sicher synchronisiert ist so eine kleine nervige geschichte es gibt kein thermometer in verbaut im roller der muss sich synchronisieren mit google oder wie gesagt mit dem handy dass die temperatur kriegt ansonsten hat man die einstellung man hat dort den modus es gibt verschiedene modi akku anzeige da sieht man wie viel man gefahren ist wann am meisten verbraucht töne kann man verschiedene sound design einstellen verbindungen für apple und android geräte reifendruck es gibt eine reifen druck anzeige kleine sensoren die kann man sich im reifen einbauen gibt es ja bei autos auch sieht man denn die temperatur und und den reifen druck kriegt man eine nachricht wenn es zu schwach ist bei anzeige kann man themen wechseln sprich helligkeit oder eben wie gesagt verschiedene anzeige digital oder analog ist beides natürlich digital aber eben zu feldern rechts sieht man dann die akku anzeige links die geschwindigkeit gesamt kilometer und pro fahrt und so weiter ansonsten kommen wir dann noch mal zu den verschiedenen modus gibt einmal den sport modus der ist an dann fährt der roller 65 dann gibt es den power modus wenn der angewählt ist fährt er bis 103 wie gesagt bergab schneller city modus weiß ich jetzt nicht so genau und eco modus lang noch langsamer fährt dann super viele kilometer ich glaube 130 insgesamt nie getestet bin nur im power und sport muss gefahren wie gesagt im power modus fährt dann ungefähr 60 65 kilometer mit zwei akkus drin und dann kann man unten rechts bei diesem s knopf wechseln und dann fährt er noch 65 km h und natürlich mehr kilometer genau und so sieht dann der roller aus fantastisch gut nächste punkt kommen wir zu den zum helmfach hier ist das leicht auf kann man aufladen mit dem ladegerät schließt man an wenn man eine steckdose hat perfekt fünf sechs stunden bis 80 prozent da sind die beiden akkus sonst acht und halb stunden dann sind ungefähr dann sind sie geladen ansonsten kann man es auch rausnehmen und anschließen da auf der wiese sieht man kurzes ladegerät es gibt leider noch kein y stecker man muss es einzeln anschließen ist ein bisschen doof erst die ein dann die andere soll aber kommen wie gesagt und was auch noch interessantes ist sollen man soll sein handy bald spiegeln können das kommt jetzt gerade ist gerade in der mache ist natürlich perfekt dann kann man sein navi anmachen man sieht das auf seinem auf seinem display und man kann einfach mit navi fahren es gibt nur sb ladegerät auch fantastisch kann natürlich sein handy aufladen und zwar gibt es hier die kleine klappe kann man da reinpacken es gibt leider keine führung fürs kabel steht aber so ein ab also ist nicht so ganz durchdacht es gibt zwei kleine fächer wo man das dann reinlegen kann wie gesagt es kiel ist man muss den schlüssel nicht reinstecken kann man aber wenn man die batterie zum beispiel nicht drin hat trägt man natürlich das helmenfach nicht mehr auf müsste man mit dem mit dem schlüssel machen noch einen kleinen nachteil wenn der schlüssel drin steckt es ist so ein sieht aus wie so ein alter vw schlüssel mit so einer fernbedienung wenn der drin steckt und man möchte die klappe zumachen nichts da man kriegt die nicht zu ein riesen nachteil was haben sie sich dabei gedacht die nasen gut macht nichts wie gesagt man kann ohne fahren mit dem wheel ist ganz nett hydraulisch wie gesagt hydraulische federn abs super super geschichte display fährt super weich in den kurven wie gesagt ist es in den unteren drehzahlen ist wirklich fantastisch genauso wie geschwindigkeit beim anzug saubere geschichte zieht wahnsinnig gut bergauf wird er langsamer also hat nicht unbegrenzt power zu zweit auch nicht aber wie gesagt auf langen strecken kommt da locker auf seine 103 km h und ein auch eine riesengute geschichte wenn der akku wenn die langsam dem ende entgegen so ja noch sieben prozent schafft man immer noch seine volle 103 km h riesenvorteil also kurze einweisung hier zu diesem neuen e cutter e5 ich hoffe euch hat es gefallen wenn es euch gefallen hat wie gesagt abonniert das ding freue mich auf eure kommentare und wie gesagt nicht verpassen am 10.5 kommt vergleich e5 gegen silence s01 vielen dank und bis bald tschüss ja 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 ja